herzlich willkommen youtube zu einer neuen folge payday 3 mit das toni hallo und mir dem itt wir machen genau wir machen heute die mission schmutziger schmuck noch mal aber auf schwer und auf laut heißt heute kein stealth für ja damit wir die herausforderungen abschließen können genau richtig einmal rambazamba rein und raus genau und natürlich probieren wir alle taschen mit rauszunehmen ja für maximales genau maximales geld und maximale erfahrung so und dann bin ich auch bereit würde ich sagen immer einmal okay okay beginnt zusammen erst mal beide vornherein machen da eben alles dunkel ich glaube du wirst beiseite geschoben die managerin steht hier ja du noch sie und fest ist sie ich kümmere mich um den polizisten hier um die eine um die zwei kameras also soll ich das jetzt machen die draußen kriegen alles mit ja die rufen schon verstärkung die nehmen keinen fest aber feste mal so viele wie es geht ja okay hat man polizisten gekillt da sind viele funkgeräte scheiße jetzt einige gefesselt aber noch kein alarm zumindest bis jetzt nicht glaube ich schon mal die kleinen schmucklinger ich habe das handy bringen die managerin schon mal zu mir bitte wo ist sie denn jetzt system mit dem ich habe passwort für unten auch man die folgt aber ganz schön langsam wir müssen knacken scheiße aufbohren unten ja kannst hier rein bringen die mit ja und schupp sie mit r1 gegen das feld hier okay mussten packen so das ist hier die maschine die ich meinte da den schmuck reinpacken du kannst den normalen schmuck der hier so rumliegt und im hauptraum ist den kannst du schon mal so einsammeln ja im hauptraum habe ich schon was hier bin ich auch gerade bei ich kümmere mich unten drum ja scheiße haben wir schnell eine geisel ist hier noch was? nein hier habe ich alles sieht da noch aus noch ein bisschen zeit gekauft ach die dinger sind schon auf ja machen wir die tür hier bei mir auf bitte bist du? da? komm okay du bist selber hier ach so von anderen seite oder was? ja so erste schmucktasche ist drin ja ja so du kannst die schmucktaschen alle zu diesem generatorpark bringen der macht die wie gesagt sauber ja ich muss noch ein bisschen aufgebaut ich muss noch ein bisschen schweißen ich schweiß hier noch schmucksachen bringe ich gleich die kis werden mich wohl noch ein bisschen beschützen nehm ich mal an polizisten gefesselt ach was ach so kann doch knacken verdammte axt dann brauche ich ja nicht schweiß es wieder für schneller obwohl es gleich so alle dinger sind wieder da also ich kann nicht einsammeln ja ich werde angeschossen hier ich kann die dinger nicht einsammeln hey asshole got something for ya du trägst bereits ach so ich trage bereits die tasche boah what du hast du schon scheinbar oder ich habe die röckstücke vielleicht noch nicht aber ich habe es mit also nicht wundern leute ich habe auch schon ein paar waffenaufsätze gekauft von den letzten raubzügen hier muss schmuck noch reinpacken ja ich komme jetzt mit dem ganzen ich habe fast jeden kleinen kram eingesammelt und den musst du da reinpacken ja ja waren das auch noch vorgesehen hier war das ich hätte ja auch wie durchgehen können auch verdammte axt äh kann ich aber muss mit r1 ja scan läuft ein paket ich schneide hier noch was auf ja eigentlich schickt ihre tasche hin ja ich wurde unterbrochen ja okay da vor dem ding legt die tasche hin ja kannst du durchlaufen kannst du da reinwerfen ja ja ist aber ich weiß nicht fertig ist er ist fertig aber noch wenn ihr vorne safe ist kann ich hier noch den ganzen scheiß klauen dann kriege ich nicht so viel hit ab weißt du nicht so viel schaden mach noch was hier noch ne tasche weiß mitnehmen ja ist noch ne tasche bei dir ah ich knacke eben das haben wir das haben wir das haben wir das haben wir da 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 das ist weg ja hier noch das kann ich nicht nehmen ich schmeiße noch ne tasche hin so eine tasche noch nach dieser hier die ich jetzt bringe ich scannen gerade und säuber gerade ich hole schon mal den dicken klunker jo hallo ich habe doch hier noch eine kreis hier sind alles doch ja diesen raum habe ich ne noch nicht alles da sind noch mehr oh gott voll viel übersehen ouch der seltene stein habe ich oder den seltenen stein habe ich alter das mit dem mit dem aim verzögern das ist so so das haben wir ist noch mehr in der wand ne mehr habe ich mehr ist hier wirklich nicht aber hier die von irgendwo du kannst den hubschrauber schon mal rufen ok wie und wo mache ich das siehst du da hinten dieses handsymbol ok handsymbol alles klar gehe ich da hin ich denke nur eine minute lang benutzen eine tasche liegt da noch ja ich habe selber noch eine ah ich wurde geschockt hier hast du in dem raum hier ist auch alles ok ich gehe zur hand ja behalte ich auch muss ich was haben hat hier ordentlich Panzerung verloren auch wieder voll die haben die Tür jetzt hier aufgemacht oder hast du die aufgemacht äh ne die Tür hatte ich glaube ich nicht aufgemacht ok leuchtfackel ist an ok leuchtfackel ist an oh oh boah hier ist Gas ich kann schon mal wieder herkommen ja ich versuch's beziehungsweise ich habe gleich eine Aufgabe für dich die sind alle sauber ja die da ja so die kannst du hier kommen wir mit äh ja komm lege die die alle hin kannst dazu schmeißen wo ich die dahin geschmissen habe draußen alles klar die packst du gleich ein heli und ich kümmere mich darum dass es weiter sauber gemacht wird alles klar kannst du auch durchs Fenster ne ja ja ich glaube nicht viel geht das ist gut funktioniert auch ja ne die cops ging gerade kurz weg ich müsste gleich mal in einer Panzerung nach stacken wo ist die Panzerung hattest du irgendwo hingelegt ne ne aber hier hinten ist aber auch noch was äh Taschen wegbringen Toni schnell ja ok warte ist die Panzerung ne das ist Munition verdammt ich geh ich geh ich geh bin da ouch ich habe komplette Panzerung verloren vom Sniper wie mach achso hier schmeiß die rein bin fast tot leg mir ein Medi hin ach verdammt leg mir ein Medi-Kette ach ist egal ja mach ich gleich ich muss nur die Dinger tun da gehst du nicht rein jetzt äh wo kann ich denn Medi-Kette unten egal ich hab schon oh Gott ach ich mach ein bisschen überfordert schmeißt die Dinger bloß rein dabei hier drin ist übrigens Panzerung ja muss ich gleich haben nein oh hat der Klo kam ich fast gekriegt so helfen die Assis eigentlich nicht mit hier diese KIs ne die können nur tragen nicht werfen da soll die die eher tragen Polizei draußen oh ich krieg Hits ich hab auch nicht mal viel Rüstung passt schon drin liegt Rüstung hatte ich grad markiert ja muss ich mich gleich mal holen so rei ich hab nicht mehr Lid солнеч höch hoch ich hab auch nicht mehr auf mich auch ich hab ja hoch ich hab auch nicht mehr nach hier kommt so ein trick ich werde runtergeworfen muss kurz wieder beleben die letzte tasche kannst du gleich hier nehmen hier warte ich legte da eine hin die kannst du ja die letzte nehme ich aus der lüge leben platzieren wir hier das und ich habe auch falsche muni an alter hilfe ja die erpanzerung hingelegt kommt seine heilung daneben legen das komische ist noch nicht ein jugger noch hier okay ich habe die letzte tasche welche richtung gehen wir raus da ich dir gleich sofort okay dahinten siehst du ja was auch mit dem sniper er zielt auch auf mich jetzt auf mich und dann hier in heli rein schmeißen wir haben alles okay war die gesamte beute sehr schön doch gut junger so richtig garage war aber so was von schleichen test zu doppelt so lange dafür gebraucht minimum ja da hat man auf jeden fall länger gebraucht 50 ip gekriegt was das denn ich weiß auch gar nicht wie viel gibt das wie viel prozent mehr wenn man schleichen würde kommt ja auf die herausforderung an die du abschließt dadurch na ach so okay naja gut aber lohnt sich das dann nicht wirklich also die meisten die meisten herausforderungen hast du tatsächlich wenn cops kommen und du die mission dann schaffst okay also ballern okay also wie jetzt ja gut leute dann würde ich sagen danke fürs zusehen das war das war das ja und dann würde ich sagen bis zum nächsten mal und schaltet auch gerne wieder ein und guckt euch auch die anderen folgen an bis dann macht's gut tschau tschau